WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das Auto ist auch nicht so festgemacht, nicht so festgemacht. Dann hat der Ringer wieder den Stocher nachgemacht gespritzt. Ich habe einen schetzel. Ich habe einen Mecklubbe. Ich habe einen Schraubbeten nicht gerecht. Das war der Ringer. Das war es so. ich hab sieben liter max im gedankt war richtig voll und sind über 100 kilometer gefahren 116 kilometer mit einem also sechs liter auf 100 meter braucht er null gut starten und 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 mittels und 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 Hat er einen rüber gelassen? Ach mein! Ich weiß, zum Festival kommst du draußen. Was soll denn kostenlos sagen? Will ich mal da hin? Das ist ein Eimerfahrt! Da war ich vor allem... Die Eimerfahrt! Der mach ich vor allem! Denkern. Gut. So. König-Heinrich-Straße ist ja da. Sehr gut. Jetzt gibt es die Werbung vom Fahrmotor. Oh, schön. Jetzt nur Einzylinder. Ja, Leute, ich habe ja letztes Mal einen Quad gesehen. Eine Werkstatt, also ein Quad, ein Raptor Quad. Der Originalzustand war 700 Kubik. Der wurde umgebaut von einer Firma mit 1000 Kubik, hat er gesagt. Und hat dann vier Zylinder. Vier Zylinder. Mit 150 Bass. Und von 99 kmh. Das ist der Yamaha, hat es der Quad. Getunend. Und der Rundersgang ist ja weg, klar. Weil man schon mit dem Motorrad drin ist. Keine Ahnung, viel Zylinder. Alles mit dem Rundersgang. Tiefer gelegt, freiner gemacht. An den Reifen drossen gemacht. Lasenreifen, Rennreifen. Der Rundersgang haben sie genommen. Hinten an der Kette, gerade hinten. Der E-Statter von dem Auto. Der E-Statter von dem Auto anders war. Als elektronischer Rundersgang. Elektronischer Rundersgang. Und alles, es wurde eingedrackt von dem Typ. Cool. Geil war das da. Geil. Ich hab schon mal einen umgebauten Hammer-Raptor-Cut gesehen. Auch tief, breit. Aber mit vorne, auch schwarz. Mit einem Turpoladakühler. Voll in Ordnung. Wäre auch geil aus. Wäre auch gern sowas. Da hab ich gerade gemacht. Ha, 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 ha. Ja, das holen wir mal so rum. Das Festival-Videos extra. Aber ich teile es dann mal so einen Quadrund. Ha, 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 ha. Ja. In der Start. Da nimmt man alle Lichter an. So, freien wir mal schön. Gestern auch. Aber wenn die Wolken kommen, dunklen Wolken. Erst, zweit, kreis sind wir zu erwarten. Fahr es ja auch. Geh es rein. Nach einer Stunde, zwei Stunden kommen noch scheißdunkle Wolken. Dann reicht es, weil es gewinnt hat. Äh, dann kommt Wind. Und dann ist es ekelhaft. Dann ist es auch voll kalt. Das ist doch kaputt. Aber in Dandermark hat es zu Glück, alle Duschen wieder eingemacht. Da ist ja auch hoch und wieder weggemacht. Da waren nur zwei. Alle Duschen, da und warm. Da haben wir es ja. Was wir bei Dandermark mal wünschen, bleibt noch eine Rutsche, lange Rutsche. Da muss man auch so lange anstellen, wenn der lange Rutsche, wenn viel los ist. Und seit ich das Dandermark halt kenne, hat sich alles schon verändert. Das D-D-Bag-Grooom und umgebaut. Und das Gewirksdick, so das Gym, in der Ecke, da hinten. Ganz hinten in der Ecke. Kostet sechs Euro Eintritt. Dann habe ich gedacht, da kann man gleich drunter gehen, oder für eine Stunde. Der Merkrede. Ja, und früher war das Kiosk gleich besser. Ja, das ist nicht so teuer. Ja, Corona-Zeiten, Kriegszeiten. Ich glaube, die Leute laufen alles im Festival. Und in Stad, glaube ich, ist das Wein. Eindorf, oder? Ja, das war die Löse. Äh, ja, alte Weinbrüche. Lärmschutz. Aber langsam im Lärmschutz, hä? Ja, ja, ich glaube, ich habe ein bisschen schlechter, Alter. Schauen wir uns mal an. Sonst draußen fest, weil wir jetzt so prämeniert. Ich war noch nie dort. Ich war nämlich ein Bahnplatz. Wenn die Talvera so lang ist, das wird blöd. So, jetzt ist der Matten wieder. Da haben wir das alles gebaut. Da ist irgendwo so ein Hotel. Und. Oh, was ist schon wieder? Vier, fünf Kilometer fahren. Das war eine Tankstelle ist hierher. Das habe ich mir gar nicht gedacht. Okay. Alle wollen geradeaus. Alle wollen Parkplatz-Pazialwerfer. Alter. Alter. Na, so geht es mal an den Pfogsten. Ja, so geht es mal an den Pfogsten. So, das ist schon wieder. Ich höre mich davon in den Andersgarten-Schaufahrten. Neubau, Labor- und Verwaltungsgebäude. Okay, alles klar. Und schon wieder rot. Ja, das ist schon wieder rot. Ja, das ist schon wieder rot. Zuck Gut, dann kannst du ja eine gute Musik hören, ein bisschen her. Mit spannender Motorrad zu kommen. Die fahren durch nichts. Auf dem Kappplatz, okay. Das ist ein absoluter Festgehalten. Das kostet mir was, gell? Ah, nee, kostet mir Geld. Super! Das kostet Geld. Gut. Das kostet Geld. Äh... Witzel vom Spargel. Ja. Das kostet Geld. Das kostet Geld. Das kostet zwei. Das kostet Geld. Das kostet Geld. Ja. Ja, das kostet Geld. Das kostet Geld. Die Zahl ist ja nütz. Die Zahl, ne. Sorry. Ja, lang ist alles weg. Lang ist alles weg. Ja, lang ist alles weg. Ja, lang ist alles weg. Oh, nee, Alter. Also, die Zahle bin ich echt geflobt. Aber die Zahle habe ich echt geflobt. Die Zahle kann ich auch nicht sagen. Das ist alles, gell? Die Zahle ist alles, gell? Ja, Witz. Was? 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 Vielleicht hat sich kälter schon. Ja. Was? Ach, halt. Ah, das ist ja schon Ja, das ist ja gut Wie kommt es raus? Was ist denn da los? Das ist ein Wettbewerb. alles gesetzt, was gesetzt ist, das kopfloch ist kostlos, ist gesetzt und sonst brauchst du das feste Welle gut, das ist alles erfolgreich und dann ist viel zu voll kopfloch 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 Ja, das sieht gut aus. Alles vergessen? Alles vergessen? Wieder leer! Ja, verwege ich wieder. Jetzt rach ich noch aus und was. So. Was auch nicht, was ich wusste noch. Wir nehmen den Kassel. Jetzt rach ich noch aus. Oh. Der ist von der Leere. 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 Das war das. Ja, das hab ich's gedacht. Kammplatz frei, schon einer drin. Alter. Alter. Woh, 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 woh. Ja, ungefähr. Und aus, los. Das reicht doch. So, das Feste war voll cool. Echt, habt ihr da sehen, in einem anderen Video. Echt geil. Schicke Boden. Super. Kann ich nur empfehlen. Äh, ein Quad ist halt anders im Auto. Mh, das ist halt anders im Auto. Das war's. das ist so eine Alarmarte zu finden das ist echt cool ja, fangen wir mal mit dem Riff hin, was gut es ist ja nur warm drauf eine Runde vor und dann fährt es zurück Oh Gott! Ein bisschen Platz! Ohohohoho! Boah, das stimmt schon wieder! Das war eine karte Spitze! Ich bin heute bei einer Runde gefahren, oder? Ich bin heute bei einer Runde gefahren, oder? Ich bin heute bei einer Runde gefahren, oder? Ich bin heute bei einer Runde gefahren! Ich bin heute bei einer Runde gefahren, oder? Ich bin heute bei einer Runde gefahren, oder? Ich bin heute bei einer Runde gefahren! Ich bin heute bei einer Runde gefahren! Ich bin heute bei einer Runde gefahren, oder? Ja, der läuft leider zum Wechselfestival oder Hilfesfestival. Oh, die Unterlage wäre. Ja, ein paar Plätze kosten Geld. Die gerade zwei Plätze sind halt schon, was soll ich, da waren gerade verpasst. Das ist aber schon lauf, ne? Das ist schon laufend. Oder warten dann, ob einer weg geht. Ja, das ist schon laufend. Da wird es schon aufgemacht, das Zelt, das Keiandi-Zelt, das Festzelt. Ende des Monats ist schon soweit, oder Anfang des nächsten Monats. Feuerwerk ist da wieder wahrscheinlich am Tag nicht wunderbar, ne? Nur Spitschig habt ihr da. Hehehe. Los! Der Klappenschutz für den Nagel. Wow, wow, wow. So viel Leute, ne? Wow, 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 wow. So soll er abnissen werden, da ist das Kohl, da soll ja nichts mehr los, da ist Kilo und da ist so eine Sauerberg, da drin, da steht er noch, da ist Kau da, langsam, nicht so plass Da musst du aufpassen, du bist ein schneller Gase als wenn ich wollte. Blum, 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 blum. So. Leider ist im Auto. Ja. So. 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 Und? Ja, das ist doch auch zu viel Ja! 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 Jetzt kommen wir hier Piss auf GO! Oh! Ja! 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 Alter, lieber! Rostopui! Oh! Taxi! Taxi! Oh! Ja, da war nicht so, da war nicht so, ja. Ja, da war nicht so, ja. Ja, da war nicht so, ja. Ja, da war nicht so. Ja, da war nicht so, ja. 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 Ja. Ja, da war nicht so, 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 ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Ich hab jetzt die anderen Seite gemacht. Sind die irgendwie so verbogen, oder? Ja. Hab ich ja nicht gewusst, dass man alles hat. Und das ist Fernlicht. 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 Zeichel ab. Beep. Beep Beep. Und endet Aufnahme. Das ist Fernlicht. 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 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Freunde, 5 Freunde, das sind wir 5 Freunde, 5 Freunde, 5 Freunde, das sind wir